Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungshow. Verschiedene Produktgeld, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungshow bei Pearl TV. Ja, und hier ist sie wieder, unsere Schnäppchenjagd des Tages. Die 5 Euro Überraschungshow hier bei Pearl TV. Schön, dass Sie dabei sind, aber hier kann man auch die besten Schnäppchen machen. Eine halbe Stunde lang ist alles, was Sie sehen werden, auf 5 Euro reduziert. Ganz egal, was es noch vor wenigen Minuten gekostet hat. Wir, Ingo und ich, wissen nicht, was auf uns zukommt. Aber wir haben 2 junge, hübsche Damen, die uns die Produkte bringen. Die wissen, was drankommt. Und bist du auch schon gespannt? Rufen wir uns mal rein. Sie dürfen jedes Produkt bis zu 5 Mal bestellen, außer wir sagen explizit etwas anderes. Aber wir sind jetzt alle sehr gespannt, was kommt. Du hast gesagt, 2 hübsche Damen, aber das sind nur wir. Ja, 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 das ist wieder Fishing for Compliments, nennt sich das. Romantik. Hier wird es jetzt romantisch, ja. Darf ich dich mal zum Essen einladen? Sehr gerne, zum Candlelight Dinner. Zum Candlelight Dinner. Also sagen wir unseren Zuschauern erst, worum es geht. Es geht um diese 2, und zwar wirklich ein 2er-Set, wunderschönen LED-Stabkerzen, inklusive des silbernen Kerzenständers. Und da kann man schon mal eine gewisse Art von Romantik versprühen. Wisst ihr eigentlich, dass es heute noch genau 110 Tage sind bis Heiligabend? Wusste ich nicht, aber jetzt bin ich ein bisschen schlauer. Ist natürlich ein tolles Weihnachtsgeschenk, wolltest du damit wahrscheinlich sagen. Nein, 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 gar nicht Weihnachtsgeschenk. Das natürlich auch, aber man kann ja jetzt schon Adventsbeleuchtung, ich glaube, je früher es dunkel wird, desto mehr Kerzen wir benötigen, gerade bei den Damen. Bist du auch so ein Kerzentyp, Monika? Ja, auf jeden Fall. Bei mir steht in jedem Zimmer eine Kerze, aber ich habe immer echt Kerzen, und das ist immer so ein bisschen riskant, ich habe immer ein bisschen Angst. Aber mit denen hier, das wäre ja perfekt. Dann kann ich die auch einfach mal anlassen und einschlafen, passiert ja nichts. Ich finde das beeindruckend, wie echt die aussehen. Schauen Sie mal hier, diese Wachsnasen sogar sind da dran, und dann diese LED-Flammen, die flackern so ein bisschen. Also das sieht wirklich sehr, sehr echt aus. Und dann an diesen Chrom-Ständern, diesen glänzenden Ständern, das sieht sehr elegant aus. Die Ständer haben übrigens genau das richtige Format, da könnten Sie auch richtige Kerzen reinstellen, aber hier haben wir jetzt das Zweierset Ständer und Kerze, davon jeweils zwei Stück hier für 5 Euro, das kann doch gar nicht sein. Doch, wir machen das möglich, aber hier steht auch noch, bringt den Charme eines Barockschlosses in Ihre Wohnung. Ja, das sieht ja so ein bisschen älter aus, ist natürlich nagelneu, neueste Technik. Aber wir haben hier noch andere Zuschriften, die es ausprobiert haben. Sonja aus Berlin schreibt, einfach super als Deko, echte Kerzen sind nichts, wenn kleine Kinder im Haus sind, aber diese sorgen für eine schöne Atmosphäre, gerade abends zum Filmeschauen. Und Heidi schreibt uns, die Kerzen sind optisch ansprechend und schaffen eine romantische Atmosphäre. Und jetzt muss ich auf das nochmal sagen, was ihr am Anfang, oder zurückkommend auf das, was ihr am Anfang gesagt habt, Candlelight Dinner. Man macht sich so mal ein richtig schönes Essen an einem Abend und richtet an Kerzen. Hier würde ich natürlich gleich zwei, mindestens zwei dieser Sets empfehlen. Bis zu fünfmal dürfen Sie auch zuschlagen. Da kannst du also auch wirklich eine lange Festtafel mit diesen wunderschönen Kerzen ausstatten. Lange Festtafel, vielleicht an der Badewanne aufstellen, die können Sie auch ganz normal auf die Fensterbank tun, da sind ja keine echten Flammen drin. Das heißt, da können auch keine Vorhänge in Brand geraten. Wenn Sie Haustiere, Kinder, ältere Mitbewohner haben, ist das ideal, weil es sicher ist, aber so schick dabei aus. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer für das Zweier-Set, die MX8136 und die 569, übrigens betrieben mit einer AAA-Batterie, aber die hält auch sehr, sehr lange, weil es ist ja LED-Technik und die braucht nicht viel Strom. Und die Kerzenständer, die kann man, wenn man das mal wünschte, natürlich auch für echte Kerzen verwenden, weil wir haben diese Normgröße von den Stabkerzen, aber so ist es natürlich ein Vielfaches sicherer. Man braucht auch keine Angst haben, wenn man mal einschläft bei brennender Kerze, da kann ja nichts passieren. Ich fand das Bild so schön mit dem Rotwein und den beiden Kerzen. Das schafft Atmosphäre, das ist richtig, richtig schön und die sehen wirklich sehr echt aus hier. Ein toller Start in die 5-Euro-Show. Dankeschön, Diana. Richtig schöner. Wir machen weiter. Aber natürlich. Werkzeug. Oh mal, das ist wieder ein dreiteiliges Werkzeug oder Detektiv-Set. Warte mal, du hast irgendwas doppelt. Das gehört zu dir, das gehört zu mir. Spiegeln, das nehme ich immer gerne doppelt. Also das absolut reicht, es ist Teleskop-Werkzeug mit Spiegeln, Magnetheber und LED-Leuchte. Klitzeklein zusammenzuschieben und dann haben sie so drei essentielle Werkzeuge, womit man mal unter das Sofa und das Bett hinter den Küchenschrank überall mal hingucken kann und Sachen eben auch sogar rausholen kann. Du gerade solche Spiegel, ich glaube man kennt das vom Zahnarzt, um die Ecke schauen, damit er wirklich immer nach hinten schauen kann. Jetzt ist das natürlich zu groß für den Zahnarzt, aber um die Ecke schauen, das ist gerade bei Motortechnik oder so, also wenn jemand mal in seinen Motor schauen will und das auch sehen will, was er nicht direkt sieht, damit ist es möglich. Aber du hast es auch gesagt, auch mal unter Sofas, hinter Schränke zu schauen, ist hiermit möglich. Dann in hinteren Ecken mal ein bisschen Beleuchtung und ich glaube jeder kennt das, dass mal was irgendwo hingefallen ist, wo man es nicht mehr rauskriegt, dann kommt natürlich dieser Magnetstab zum Tragen. Und so ein Dreier-Set, also ich hätte jetzt jedes einzelne Teil, hätte ich auf fünf Euro geschätzt. Das wäre schon ein guter Preis. Dann wären wir bei 15 Euro, jetzt haben wir es Dreier-Set für fünf Euro. Das ist fantastisch. In Autos zum Beispiel, wenn mir auch zum Beispiel ein Schlüssel fällt zwischen Sitzen, ja, du kannst auch so einfach das. Das rauszubekommen ist ganz schwer, da hast du recht, ja. Geht damit natürlich. Und ich finde, das ist eine tolle, tolle, günstige Erweiterung für jeden Werkzeug-Woffer. Der Olaf Augsburg hat auch noch geschrieben, bin Rollstuhlfahrer und das Produkt dient mir dank der Magnete zum Aufheben von Gegenständen. Natürlich, man muss sich ja nicht bücken, man kann dann einfach diesen Magnetstab nehmen und damit dann eben Sachen, metallische Sachen vom Boden aufheben. Ich finde diesen Spiegel toll, weil mir ist mal so eine Erdbeerschale hinter den Küchenschrank gefallen und ich war mir nicht sicher, ob ich alle Erdbeeren hatte. Und dann habe ich auch mit so einem Spiegel mal geguckt, dann konnte ich sicher sein, dass ich also wirklich alles gekriegt habe. Das ist, da ist nämlich sonst gar nicht hinzugucken. Ich war gerade überrascht, wie lang diese, wie hell diese Lampe ist. Ich habe aus Versehen reingeschaut, sollten Sie nicht tun, aber ich glaube, man kann das erahnen. Dann kannst du auch wirklich im letzten Eck beleuchten. Ja, was machst du gerade? Um die Ecke schauen? Man guckt um die Ecke. Diana moderiert um die Ecke. Um die Ecke. Um die Ecke denken, um die Ecke moderieren. Aber ich hoffe, Sie sehen das, wie hell das ist. Also da machst du auch wirklich mal Licht und zwar in hinteren Gebieten, wo man normal nicht hinkommt. Und dann natürlich perfekt als Ergänzung den Magnetstab. Da kannst du wirklich, wenn du dann etwas gefunden hast, was du gesucht hast, mit dem Magnetstab das auch wiederholen. Also Dreier-Set für 5 Euro. Tolle Erweiterung. Ja, jedes dieser Teleskop-Werkzeuge ist so einen guten halben Meter lang und damit kann man dann eben mal Sachen, wo man sonst nicht rankommt, kann man hingucken, kann man aufheben oder eben sogar hier mit der Lampe leuchten. Tolle Sache hier. Ein dreiteiliges Set, alle drei zusammen hier für nur 5 Euro. Wahnsinn. Auch das kann man mehrmals bestellen. Ja, guck mal, da sieht man auch, wie stark der Magnet ist. Ja, also da hat man wirklich auch eine Haftung, dass man wirklich Sachen, die magnetisch sind, Metall-Sachen holen kann. Also, tolle Erweiterung zu einem tollen Preis. 5 Euro mit der Bestellnummer NX8229 und der 569. Das komplette Dreier-Set hier, Teleskop-Werkzeug. Jeweils einen guten halben Meter lang und wenn man es zusammenschiebt, ist es ein bisschen größer als ein Kugelschreiber. Hat auch noch so diese Klemmen dran, dass man es leicht in die Hosentasche oder in die Hemdtasche stecken kann. Gehört, meine ich, auch in jeden Haushalt. Und gerade der Spiegel ist für viele Situationen enorme Erleichterung, weil du eben um die Ecke schauen kannst. Aber es geht weiter. Wir schauen geradeaus und kommen zum nächsten Produkt. Und ich bin gespannt, in welchen Bereich wir jetzt gehen. Bei Werkzeug waren wir jetzt vielleicht. Gehen wir jetzt in die Küche. Mal schauen. Wo sind wir? Das sieht nach Bewegungsmelder aus. Oder hier. Eine Lamp-Ux-Drein. Wow, das ist ja sehr hell. Wow, wirklich schön. Es ist ein LED-Treppen- und Nachtlicht mit Akku, Dämmerungs- und Bewegungssensor. Das heißt, egal wo du das anbringst, die Lampe geht erst an, wenn es dunkel ist und auch nur, wenn Bewegung davor ist, durch diesen Bewegungssensor. Und dementsprechend ist das natürlich perfekt, um Stolperfallen zu entschärfen. Ich finde es auch toll, dass es nicht nur nach vorne, sondern auch nach unten leuchtet. Das ist natürlich ideal mal für so einen Weg, wenn man nachts irgendwie mal als stille örtchen muss oder an Kühlschrank oder sonst irgendwo sich in der Wohnung aufhalten muss. Das ist ja super, dass das auch so nach unten leuchtet. Das ist richtig hell auch. Schau mal. Und funktioniert mit Akku? Richtig. Du kannst es also immer wieder aufladen. Das heißt, im Prinzip keine Folgekosten. Und hier, die Dagmar aus Seeheim-Jungenheim schreibt uns eine Idee, die finde ich gar nicht schlecht. Sie schreibt uns sogar als Hilfsmittel bei Übernachtungen in Hotels zu empfehlen. Manchmal sind die Schlafräunde zu dunkel, um mal nachts auf die Toilette zu gehen, ohne den Ehepartner aufzuwecken. Und dann hilft sowas natürlich, das kannst du ja kurz mal montieren am Bett an der Wand. Das ist ja überall montierfähig. Und auch Kellertreppen sind ja oft mal so dunkel. Ich glaube, es gibt da in jeder Wohnung so eine dunkle Ecke, in der man so eine Lampe anbringen kann. Ja, ich finde es toll, dass man keine Batterien, keine Kabel braucht, dass es mit Akku funktioniert. Ganz einfach am USB-Netzteil aufladen. Das ist LED-Technik. Das heißt, da hält eine Ladung dann auch dementsprechend lange hier. Und so nachtlich kann wirklich jeder brauchen. Und hier ist man eben nach, unabhängig von einer Steckdose, es gibt ja viele, die steckt man so in die Steckdose. Der hier, den kann man einfach irgendwo anbringen. So schön hell. Und schön finde ich auch diese Reichweite des Bewegungssensors. Das heißt, wenn du auf fünf Meter an den Bewegungssensor herankommst, reagiert er schon und leuchtet eben. Und entschärft, sage ich mal, Stolperfallen oder weist einem den Weg zur Toilette oder zum... Ich weiß ja, Ingo geht nachts heimlich immer in den Kühlschrank und stößt sich dabei als die kleinen Zeh, habe ich ja gehört. Nein, das war morgens beim Aufstehen. Hatte nichts mit dem Kühlschrank zu tun. War sehr schmerzhaft. War sehr schmerzhaft. Die Bestellnummer NX 4778 und die 569, der Preis 5 Euro. Und Sie dürfen auch hier bis zu fünfmal zugreifen. Also gerne auch mehrere Stolperfallen eliminieren. Oder Sie nehmen es einfach auch mal mit ins Hotel. Weil ich fand das gar keine direkte Idee, weil da ist es wirklich Stockwinster. Und zu Hause weißt du ja, wie du dich bewegen musst. Das ist im Hotel eben oftmals verwirrend. Dann ist das ein adäquates Hilfsmittel. Ja, oft haben ja Hotels auch diese... Da musst du erst so eine Schlüsselkarte reinstecken. Preis-Alarm. Das heißt, hier ist ein Volumen, welches normalerweise viel teurer ist auf 5 Euro reduziert. Weißt du, was ich sage? Ja, ich weiß es. Ich bin mir ganz sicher, dass ich dieses Teil innerhalb kürzester Zeit refinanzieren kann. Das ist ein Zugluftstopper für Türen. Und der ist so einfach anzubringen. Ich kenne auch von früher Zugluftstopper. Der hast du, oftmals waren es so gestrickte Dackel oder sowas. Vielleicht kennen Sie das auch noch. Die hast du hier vor die Tür gelegt. Aber sobald du die Tür aufgemacht hast, wurden die verschoben. Hast du die Tür wieder zu, dann lagen sie da in der Ecke. Das ist hier nicht so. Denn die Tür kommt hier in die Mitte. Und die kann man auch zuschneiden. Und jetzt machst du die Tür auf oder zu. Und es kommt keine Zugluft mehr unten rum. Und das ist ganz wichtig. Jeder schaut ja, wie er Energiekosten vermeiden kann. Aber wenn du eben permanent Kaltluft unter der Tür durch in die Wohnung bekommst, ich glaube, dann verschwendest du ganz, ganz viel Heizenergie. Und die kannst du hier mit 5 Euro sparen. Ja, es kommt warme Luft raus und kalte Luft rein. Das ist alles nicht gut. Abgesehen davon, dass wir natürlich Energiekosten damit sparen. Das ist ja auch zugig dann immer. Gerade so im Fußbereich. Da friert man sowieso immer als erstes. Diese Türstopper gehen für eine Türdecke bis zu 60 Millimeter. Also richtig dick, würde ich mal sagen. Und die klemmt man einfach drunter. Und dann bewegen die sich mit der Tür auf und zu. Das heißt, es geht ganz problemlos über PVC, über Teppich, über Parkett, überall. Und damit kann man dann diese Zugluft eben stoppen hier. Die sind ungefähr einen Meter lang, würde ich sagen. Kann man aber auch kürzen, wenn die zu breit sind. Ganz einfach mit der Schere. Und ja, sind auch platzsparend zu verstauen, glaube ich. Weißt du, jetzt habe ich gerade gedacht, so ein Zugluftstopper für 5 Euro, der ist schnell refinanziert. Das habe ich gerade gelesen. Sie vielleicht auch. Es ist auch noch ein Zweierset. Wir haben zwei dieser Zugluftstopper. Und jetzt ist es ein Megaschnäppchen. Ich glaube, in einem Monat hat sich das, nee, in kürzerer Zeit hat sich das refinanziert. Ich hatte mal eine Wohnung in der Nähe von Freiburg. Und da war wirklich, das war eine Mietwohnung zum Hausgang. War so einen knappen Zentimeter. Warum auch immer unter der Tür. Und das hat so gezogen, dass es manchmal sogar gepfiffen hat. Und da weißt du, wie viel Energie da rausgegangen ist. Da kannst du in der Wohnung heizen, wie du willst. Das geht alles raus in den Hausflur. Und somit kann man das eben vermeiden. Und kann gerade bei den Energiepreisen, ist das, glaube ich, ganz wichtig, viel, viel Geld sparen. Ja, du musst vor allem nichts kleben, nichts bohren, nichts sägen. Ganz, ganz einfach unter die Tür schieben. Und dann geht das mit der Tür auf und mit der Tür wieder zu. Ganz, ganz, ganz problemlos. Also sehr, sehr einfach zu installieren. Und mal Hand aufs Herz. Das ist was, was wir alle machen können. Und Ralf, du hast recht, es ist ein Zweierset. Das heißt, das können Sie für zwei Türen hier für 5 Euro damit abdichten. Wenn Sie mehr Türen haben, Sie dürfen das Set bis zu 5 Mal bestellen hier. Oh nein, nein, nein. Da muss ich jetzt korrigieren. Entschuldigung, ist der Preisalarm. Danke. Maximal ein Set pro Besteller. Also da müssen wir dran denken. Aber das rentiert sich auf jeden Fall. Und auch wenn Sie nur eine Tür haben. Ich glaube, der Nachbar oder Freunde werden froh sein, wenn Sie dann den zweiten Zugluftstopper bekommen. Übrigens, das geht nicht nur, wenn Sie Hartböden im Untergrund haben. Das flutscht auch über Teppichboden. Ja, hier steht Holz, Fliesen, Teppich oder PVC. Das funktioniert überall und ist zuzuschneiden. Egal, ob Sie eine größere oder eine kleinere Tür haben. Das passt überall. Also holen Sie es auf jeden Fall. Sie werden es ganz klar spüren. Ja, das Ganze ist aus so ganz angenehmem, ganz angenehmem Material. Wir schauen mal auf pearl.de. Da sehen wir nämlich, dass es da 20, sehe ich das richtig? 20 Euro fast kostet. Wow. Heute für 5 Euro nur. Unser ZX1896 und die 569. Es ist ein Zugluftstopper, ein Zweierset in Schwarz. Bitte nur einmal bestellen. Es ist unser Preisalarm. Aber das ist mal ein echter Deal. Also 20 Euro. Und auch die refinanzieren sich aber jetzt für 5 Euro. Bitte halten Sie zu und denken Sie bitte dran. Es ist unser Preisalarm. Maximal ein Zweierset pro Besteller. Aber es geht immer noch Schlag auf, Schlag weiter. Wir kommen zum nächsten Produkt. Aber damit kannst du wirklich bares Geld sparen. Ja. Danke schön. Du hältst dein Geld in der Wohnung. Es fliegt nicht unter der Tür raus. Oh, jetzt sieht das schick aus. Wow. Also ich behaupte jetzt mal, wenn das rot wäre und hätte ein weißes Kreuz, würde es 30 Euro kosten. Ich glaube, dann würde es 80 Euro kosten. Wir haben hier 16 Funktionen. Ich lese das mal vor. Messer, Dosenöffner, Flaschenöffner, Korkenzieher, Schraubenzieher, Zentimetermaß, Nadel, Hakenschere, Säge, Lupe, Eisbrecher, Entschupper mit Hakenentferner und ein Karabinerhaken. Das ist alles an diesem kleinen Wunderwerk der Mechanik dran. Die Lupe, die da raus ist, finde ich ja imposant. Habe ich noch nie gesehen bei einem Taschenmesser. Also ich finde die Lupe interessant. Die Nagelschere ist da mit drin. Das hat mich jetzt gleich mal beeindruckt. Wie viele Teile sind es insgesamt? 16 in 1. Multifunktions-Taschenmesser. Das ist aus Edelstahl und hat einen Echtholzgriff. Deswegen sieht das so schick aus. Echtes Holz. Ja, es sieht genial aus, muss ich sagen. Es ist wunderschön. Und wirklich, da ist alles drin. Guck mal, Diana, sogar ein Korkenzieher ist dran. Oh, das ist sehr wichtig, wirklich. Ja, Diana war letztes Jahr bei dir und wir waren auch da. Wir haben die EM geguckt und Diana wollte eine Flasche Wein aufmachen. Das war schwieriger als erwartet. Mittlerweile habe ich einen Korkenzieher, aber so ein Taschenmesser ist nie der Fehler. Was mir auch hier gefällt, ist dieser Karabinerhaken. Du kannst ihn an Rosenbund machen oder auch an Schlüsselbund. Aber Echtholzgriff, Edelstahl. Und ich sage ja, wenn das rot wäre, würde es wirklich ein viel, viel mehres mehr vor sich sein. Ich bin ja dein Nagel. Nein, nein. Mein Nagel, der bleibt schön lang. Oh, wollen wir dir mal die Fingernägel schneiden? Danke mal. Das müssen wir aber, glaube ich, mit der Säge machen. Aber ist ja alles Werkzeug dabei. Du, ein Outdoor ist ja immer mehr im Kommen, egal ob mit dem Fahrrad, ob Wandern. Es gehen viele Leute einfach wieder spazieren, raus und dann ist ein Taschenmesser nie verkehrt. Egal, ob man mal irgendwo eine Brotzeit unterwegs macht oder einen Stottschnitt. Also für ein Messer alleine wäre das schon ein guter Preis. Aber hier haben wir 16 Funktionen drin von Sachen, die man immer mal braucht. Und selten dabei halt. Das ist dieses 16 in 1 Multifunktions-Taschenmesser mit der Bestellnummer NX7505 und der 569. So ein Taschenmesser kann man wirklich immer brauchen. Hier können Sie bis zu fünf Stück bestellen. Auch ein ganz, ganz tolles Geschenk natürlich. Ich fand die Lupe besonders interessant. Die Lupe war ja toll, ne? Ich habe wirklich Geschichte gemacht. Habe ich so noch nie in einem Taschenmesser gesehen. Dann sehen wir hier mal rund gefächert, was da alles drin ist. Also eigentlich bist du für alle Eventualitäten gewandert. Auch zum Angeln, ne? Dieser Entschupper und Hakenentferner. Ja, und auch Schraubendreher. Also Kreuzschlitz und Schlitzschraubendreher. Ja, ja, ja. Auch für Fahrradfahren für mal ein lockeres Schutzblech oder ähnliches. Also das muss ich mir holen. Das ist irre. Mach du? Das dürfen Sie übrigens wieder fünfmal bestellen. Ich glaube, das ist auch ein gern genommenes Geschenk. Ja, ganz bestimmt. Bitte schön. Vielen Dank, Moni. Oh, was haben wir denn hier? Ein O. Ein Spielzeug. Oh, ich liebe das O-Welchen. Was ist das denn für ein Spielzeug? Kein Spielzeug? Was ist das? Ich habe das noch nie gesehen. Ich weiß nicht nur Füße aus. Also ich sage es euch kurz. Das ist ein kühlender Massagebalch aus Egelzahl mit 360 Grad Rotationshaltung. Genießen Sie eine wohlfühlende Massage, punktuelle Massage. Für tiefgehenden Effekt und intensiver Effekt für große Muskelpartien, weil es eben nicht nur massiert, sondern eben auch hier kühlt. Ich glaube, wenn du mal so eine leichte Brennung oder ähnliches hast, ist das also wirklich toll. Oh, läuft dir, Ingo. Diana, wie fühlt sich das an? Das ist so angenehm. Und ich glaube, dass diese Kügel aus Aluminium oder was ist das, Metall? Egelstahl. Ja, also das ist wirklich gut cool, also kalt. Und das ist noch angenehmer für Füße zum Beispiel auch für Rücken oder für... Natürlich, Sie müssen zweimal kaufen, weil einmal für Füße und zweitemal für Frauen, für Gesicht kannst du auch nutzen. Ah. Wie Gesicht Massage. Du musst das in den Kühlschrank lassen, ja, für 30 Minuten und dann wie Gesicht Massage. Das ist sehr, sehr gut. Oh ja, hier steht, einfach für zwei Stunden ins Gefrierfach und dann hat man diese lang anhaltende Kühlfunktion. Und das ist übrigens auch gut gegen Verklebung des Bindegewebes, um diese zu lösen. Und hier steht, Ihre nächste Selbstmassage wird mit einem wohltuenden Kühleffekt begleitet. Und das muss nicht nur eine Selbstmassage sein, das kann natürlich auch eine Partnermassage sein. Aber gerade am Oberschenkel, ja, ist das natürlich auch schön. Fühlt sich das gut an? Partnermassage. Fühlt sich richtig gut an. Also es kühlt echt extrem, das hätte ich gar nicht gedacht. Aber es ist echt angenehm. Ja, durch dieses Edelstahl hält das eben die Kälte auch dementsprechend. Und das sieht sehr relaxend aus, was du da machst. Gerade so, in Beinen ist man ja manchmal so verspannt, gerade wenn man den ganzen Tag gestanden hat oder so. Oder nach dem Fahrrad fahren. Den kann man ganz einfach rüber gleiten lassen. Diese Kugel, die gekühlt ist und von sich aus schon sehr kühlend ist. Das ist ja natürlich auch, weißt du, bei Sportverletzungen wird ja auch oft Eis rauf gemacht. Das ist dann so entspannt und man fühlt sich ausgesprochen wohl. Welches für zu Hause. Hilft auch in Spinnungen oder ähnliches. Und hier steht auch eine ideale Ergänzung zur Physiotherapie und Osteopathie. Also auch da natürlich schön zur Ergänzung. Die Bestellnummer ist die NX1388 und die 569. Und ich hätte jetzt auch mindestens 10 Euro geschätzt für so eine Massagekugel. Und diese Halterung fand ich natürlich auch schön, dass sie sich in der Halterung dreht. Also wenn du die Halterung hältst, dass du praktisch diese Dreh... Also die fassen sich wirklich sehr, sehr angenehm an. Und dann ganz einfach über die geschwollenen und malträtierten Glieder holen sie sich Wellness nach Hause. Bis zu 5 Mal durften sie diese Massagekugel bestellen. Na, das ist eins meiner Lieblingsprodukte. Bei dir auch, ne? Das ist ein drahtloser Kopfhörer, der gleichzeitig Headset ist. In-Ear, das heißt, die stecken sie in die Ohren rein und kriegen dann Stereo-Sound in bester Qualität und können damit auch noch telefonieren. Das ist alles mit einem Kabel zusammengehalten und das ist super praktisch, weil dann können sie die einfach nicht mehr verlieren. Diese kleinen Knöpfe habt ihr auch schon verloren, Diana, ne? Diese einzelnen? Ja, das ist so ein bisschen unpraktisch, weil du musst zum Beispiel mit denen sprechen, du nimmst das weg und dann kannst du das verlieren. Und hier, das bleibt immer bei dir, zum Beispiel für Sport, ich finde das super, ja? Zum Beispiel im Fitnessstudio, du musst was machen, dass du kannst immer auch Musik wechseln oder nächsten, zum Beispiel nicht nur Musik, du kannst auch Podcasts oder Audiobüche aufhören. Super praktisch, ich liebe dieses Headset. Wichtig ist, dass dieses Headset eben Bluetooth-fähig ist, also kabellose Verbindung zu ihrem Mobilfunkgerät, ob unterwegs, ob im Fitnesscenter oder ähnlich, da ist eigentlich kein störendes Kabel. Und das Kabel, was dran ist, das sorgt dafür, dass sie eben diese Headsets nicht verlieren. Und das ist sehr, sehr clever. Und hier schreibt uns Walter aus Detmold, unbedingt kaufen, einfach, perfekt, einfache Bedienung und guter Sound auch beim Telefonieren. Und der Eduard aus Pirmasen schreibt, super dieses Headset. Freund von mir hatte viele ausprobiert und mit diesem Headset konnte er sein Motorrad-Navi benutzen und hat alles gehört unter dem Helm. Denn ebenso erging es mir, wir empfehlen dieses Headset all unseren Freunden. Und jetzt haben wir es auch noch in der 5-Euro-Überraschung-Show. Wahrscheinlich haben die Walter und Eduard das zum Normalpreis bestellt. Sie bekommen es für 5 Euro. Und auch hier, sage ich mal, man sollte jetzt schon ein bisschen vorausschauend planen, ist das eine tolle Geschenkidee. Ja, es ist auch toll, die Kopfhörer selber sind aus Metall und magnetisch. Das heißt, wenn ich die nicht trage, dann mache ich die einfach zusammen und sind bei mir um den Hals wie eine Kette. Und ich kann sie nicht verlieren. Diese einzelnen, da verliert man schon mal den einen oder den anderen. Gerade beim Sport, wie ihr gesagt habt. Aber der hier bleibt in den Ohren. Dabei gibt es noch diese kleine Fernbedienung hier, die mit eingebaut ist. Womit man eben zum nächsten Lied, zum vorherigen Lied, Telefongespräche annehmen und auflegen kann. Sehr, sehr hochwertiges, gutes Produkt hier. Ja, und es gibt ja auch Kabelgebundene, die nicht magnetisch sind. Und wenn die jemand aus dem Ohr zieht, dann sucht er nachher in den ganzen Klamotten. Da muss jetzt mein Kopfhörer hin. Oder hat er einen Knoten drauf irgendwo. Das passiert hier auch nichts. Also es ist wirklich klasse. Und der Sound scheint toll zu sein, wenn wir unseren Zuschauern glauben. Aber wir glauben immer noch. Ich habe die mal ausprobiert. Die klingen wirklich fantastisch. Ich bilde mir ein, das liegt an dem Metallgehäuse. Das sind ja richtige Lautsprecher hier drin. Also nicht so friemelige Plastikdinger. Also ich bin begeistert davon, weil die eben auch noch dazu gut klingen, abgesehen von der Funktionalität. Das in dem Magnet ist einfach genial. Und das Ganze für geniale 5 Euro. Die Bestellnummer ist die ZX1770 und die 569. Und da sehen wir nochmal, wie einfach das zu handeln ist. Man verbindet es natürlich mit dem Mobilgerät per Bluetooth. Also Bluetooth einschalten und schon hat man Musikgenuss. Übrigens auch ein sehr, sehr ausdauernder Akku. Das ist ja akkubetrieben. Das ist auch ganz wichtig, dass man nicht nach einer halben Stunde schon wieder den Akku laden muss. Ja, es gibt ja so viel zu entdecken. Jetzt soundmäßig gerade mit Handys da, mit diesen ganzen Streaming-Diensten und Podcasts. Und deswegen sind die so populär. Diese Kopfhörer, die man einfach mitnehmen kann. Hier drahtlos, mit denen man eben auch noch telefonieren kann. Also ein fantastisches Produkt hier für unterwegs. Wenn man mal draußen ist, einfach trotzdem weiter seinen Lieblingssender hören und telefonieren können. Oh, ich höre gerade, unser Preiserlager ist schon unglaublich stark nachgebracht. Also das war das Zweiersett-Tür-Zug-Schnopper. Vielen Dank, Moni. Ich glaube, Energiesparen ist ein Riesenthema, wenn man das so günstig machen kann. Alles richtig gemacht. Aber sind Sie da bitte schnell? Jetzt würde ich sagen, eine Tasche. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Rucksack oder was ist das? Das, was ich meine. Ralf, das ist eine Crossbody-Tasche, heißt es. Ach, das ist die Herren-Männer-Tasche, oder? Nee, es ist für alle. Das kannst du auch so unter das Hemd tun. Das ist so eine Tasche, in die du alles Mögliche reintun kannst. Also es ist nicht nur eine Herren-Tasche. Es ist wirklich, du siehst ja so viele Leute mit diesen Bauchtaschen rum. Ja, die sind voll im Trend. Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, auch bei jungen Männern ist es ja, also Crossbody, die das hier tragen. Und das sieht man oftmals im Straßenbild, klar. Aber ich bin mir relativ sicher, dass jede dieser Taschen, die man im normalen Leben sieht, mehr als 5 Euro gekostet hat. Und was ich hier finde, auf den ersten Eindruck, ist einfach ein riesengroßer Stauraum. Riesengroßer Stauraum, aber die hat sogar noch RFID und NFC-Blocker. Und das heißt, wenn Sie da Ihre Checkkarte, Ihre Kreditkarte, Ihre Gesundheitskarte reintun, kann die niemand lesen. Auch von Ihrem Handy, das ist dieses NFC, bei diesem NFC, kommt auch niemand an Ihr Handy ran. Das ist ja metisch abgeschirmt dadurch. Also der Sicherheitsaspekt ist dabei eben auch noch sehr wichtig. Fünf Fächer. Ja, natürlich. Das ist heutzutage ganz wichtig, dass man sich schützt gegen sogenannte Datenpiraten. So nenne ich die immer. Weil die wirklich im Vorbeigehen Karten elektronisch auslesen können. Und wenn das jetzt einen RFID-Schutz hat, ist das dadurch unmöglich. Aber ich finde, das ist auch ein Trendprodukt. Und vielleicht auch hier, auch wenn Sie sagen, ist noch lange hin bis zur nächsten Geschenksession, ist das eine tolle, tolle Geschenkidee. Und Ihr habt gesagt, Damen tragen das genauso wie Herren, also für jedermann. Und günstiger kann es ja nicht werden, behaupte ich jetzt mal, als fünf Euro. Ja, ich trage immer mein Portemonnaie, mein Handy, mein Autoschlüssel. Das ist alles Sachen, die die Taschen so ausspollen. Das sieht natürlich nicht so doll aus. Das ist eine sichere und sehr schicke Transportmöglichkeit. Also für Herren und Damen, da passt eine ganze Menge rein. Ich gucke mal, ob ich finde, wie viele Liter da reinpassen. Ach, fünf Liter würde ich jetzt mal behaupten. Aber was mich beeindruckt ist, ist natürlich auch die Oberfläche. Die ist sehr, sehr strapazierfähig und meiner Meinung nach auch abwaschbar, oder? Das ist gut, ja. Ja, es ist Polyester, das heißt, es kann zu abwaschen, ja, natürlich. Also auch wenn es mal schmutzig wird, steht dir hervorragend, Diana. Dankeschön. Und da sehen wir nochmal die ganzen Fächer und die Größe dieser, wie heißt die, Crossbody-Bag, oder? Ja, es muss ein neues deutsches Wort sein, Crossbody-Tasche mit drei Fächern. Ja, guck mal, du kannst auch... Als Bauchtasche. Das ist ein bisschen groß zu mir, aber ich glaube, für dich das passt. Hast du gerade gesagt, dass ich dick bin? Nein, du bist einfach... Ein Mann. Okay, wir unterhalten uns nach der Sendung drüber. Aber sag uns doch bitte schnell die Bestellnummer. Die Bestellnummer, und das dürfen Sie auch bis zu fünfmal bestellen, das kostet nur fünf Euro. Die Bestellnummer ist die NX6072 und die 569. Bis zu fünfmal dürfen Sie die bestellen. Tolles Geschenk natürlich auch. Das war sie schon wieder. Unsere 5-Euro-Überraschungs-Show. Die Zeit vergeht echt wie im Flug. Wir haben viele, viele tolle Schnäppchen aus allen möglichen Sparten bei uns bei Pearl gesehen. Ich bin sicher, da war etwas dabei für Sie. Vielleicht mehrere Sachen. Ich habe gehört, unser Preis-Alarm ist sehr stark nachgefahren. Also, ran ans Telefon. Die Preise geht zwei Stunden und viel Spaß damit.